Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Coding Challenge auf dem themusemorphais.cc Coding Challenge Interface. Es handelt sich jetzt um eine mittelschwere, eine Medium Challenge und möchte so ein bisschen eure logischen mathematischen Fähigkeiten auf die Probe stellen. Es handelt sich nämlich hier um eine Matrizenberechnung, aber es ist keine richtige Berechnung, also keine Sorge, ihr müsst keine mathematischen Vorkenntnisse haben, ihr müsst einfach nur ein bisschen logisch denken können. Aber so eine Aufgabe könnte durchaus auch in einer Prüfung vielleicht drankommen, wo ich natürlich nochmal ganz kurz an die FHDW verweisen möchte. Unseren Partner, die Fachhochschule der Wirtschaft, bietet euch einen sehr praxisorientierten Studiengang bzw. mehrere sehr praxisorientierte Studiengänge und zwar Bachelor und Master im dualen Studium. Das bedeutet, ihr könnt euch hierunter einen aussuchen, der am besten zu euch passt, zum Beispiel Cyber Security oder Data Science oder Software Engineering oder IT Consulting. Es ist eigentlich alles dabei, was man sich so vorstellen kann unter Informatik und das sind die Bachelor-Studiengänge. Im Master gibt es dann noch diese zwei und die könnt ihr dann tatsächlich belegen und dann sogar gleichzeitig in einem Unternehmen wirklich arbeiten. Das heißt, ihr könnt sozusagen euch das Wissen wirklich aus der Praxis aneignen. Es gibt eigentlich nichts, womit man sich das Wissen dann besser am Ende auch aneignen kann als mit Praxis, weswegen, um wieder den Bogen zurückzubringen, uns die Coding-Challenge heute mal anschauen wollen. Wir lösen das hier mit Python, ihr könnt das aber machen mit was auch immer ihr wollt. Also wir haben mittlerweile echt einige Sprachen, die hier unterstützt werden und ihr könnt euch da eine aussuchen. Und es handelt sich um folgende Aufgabe. Bei einer Matrix gibt man ja immer die Größe an. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, eine N mal M Matrix anzugeben. Und ja, ich weiß, diese Buchstaben sind furchtbar, aber so macht man das leider bei Matrizen-Mathematiker halt. Man kennt es. Und diese Größe definiert ja dann auch, wie viele Einträge sie hat. Das heißt, eine 2 mal 2 Matrix ist ungefähr sowas. 2, 2, 1, 1 zum Beispiel. Das ist eine 2 mal 2 Matrix, weil sie zwei Spalten und zwei Zeilen hat. Also Spalte, das ist ein bisschen schwerer zu markieren. Und zwei Zeilen hat. Eine 5 mal 5 Matrix wiederum wäre dann natürlich 5 Einträge auf 5 Einträge. Das heißt, insgesamt 25 Einträge. So kann man sich das Ganze vorstellen. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen hier berechnen, wie viele Wege man hat, um von ganz oben nach ganz unten zu kommen. Das heißt, um von hier nach hier zu kommen. Erlaubt sind nur Möglichkeiten, nach rechts zu laufen und nach unten zu laufen. Das heißt, man kann sich nicht irgendwie wieder nach oben bewegen. Also ich kann jetzt nicht von 2 auf 1 und dann wieder auf 2 und dann wieder auf 1. Und ich kann auch nicht zwischen dieser 2 und dieser 1 hin und her. Ich kann wirklich nur entweder runterlaufen oder nach rechts laufen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, von der 2 auf die 2 und dann auf die 1 zu kommen. Oder von der 2 auf die 1 und dann auf die 1 zu kommen. Andere Möglichkeiten gibt es hier nicht. Das heißt, ich habe hier 2 Möglichkeiten dafür. Bei einer 5x5 Matrix ist das wiederum schon, sagen wir mal, etwas mehr. Denn da kann ich ja nicht nur nach da laufen. Das wäre ja eine Möglichkeit. Ich kann aber auch zum Beispiel das hier machen. 3, 4, 5. Wenn ich einfach nur diese Matrix hier habe, dann kann ich ja auch schon nach hier laufen. Dafür habe ich schon 2 Möglichkeiten. Ich kann aber auch von hier nach hier laufen. Das sind nochmal mehr Möglichkeiten. Oder von hier nach hier laufen. Oder ich kann hier rüber laufen und dann hier rüber laufen. Ich kann quasi jederzeit abbiegen. Dadurch habe ich viel mehr Möglichkeiten. Und je größer die Matrix wird, desto mehr Möglichkeiten habe ich. Wir schauen uns mal einige Beispiele an. Und deswegen sehen wir dann auch hier, wenn wir eine Zahl haben, also wenn wir quasi unser Ergebnis haben, dann sollen wir das bitte modulo dieser Zahl hier rechnen. Weil die Zahlen irgendwann einfach sehr, sehr riesig werden können. Diese Zahl ist einfach gewählt. Nehmt sie einfach als gegeben hin. Und genau, das ist im Endeffekt euer Ergebnis, damit die Zahlen nicht allzu gigantisch werden. Okay. So, jetzt haben wir diese, also wir haben ein paar Beispiele hier bei Task 1. Das sind die leichteren Tasks. Da sehen wir, dass die Matrizen doch noch relativ klein sind und dass wir insgesamt weniger als 20 Matrizen haben. Wir haben nämlich auch beliebige Anzahl von Test Cases oder von Matrizen, die wir dann am Ende brechen sollen. Beim Task 3 sehen wir, wir müssen wirklich sehr effizient coden, um wirklich hier Matrizen von bis zu 1000 mal 1000 und davon 100 Stück berechnen zu können. Denn es ist ja insgesamt sehr, sehr viel, was da kommt. Okay, wir schauen uns zum Beispiel 1 an. Das hatten wir ja schon gesehen. Wir kriegen eine Matrix, das steht hier oben, und haben hier eine 2 mal 2 Matrix. Exempel 2 ist auch eine Matrix, aber eine 5 mal 7 Matrix. Exempel 3 sind zwei Matrizen, eine 5 mal 5 Matrix und eine 7 mal 6 Matrix. Und bei Beispiel 4 haben wir drei Matrizen. Und jedes Mal sollen wir bitte ausgeben, wie viele Wege wir haben. Okay, wie gehen wir das an? Okay, nehmen wir an, wir haben diese wunderschöne Matrix hier. Dann haben wir eine, ja, das ist auch eine gültige Matrix, eine Matrix mit nur einer Zeile. Dann haben wir genau einen Weg. Wir haben die Möglichkeit von hier nach hier, nach hier, nach hier, nach hier zu laufen. Ja, wir haben genau eine Lösung. Wir können nur nach rechts laufen. Und das ist quasi unser Ergebnis, oder da wollen wir hin und da kommen wir her. Das heißt, wir haben immer nur einen Weg. Auf der anderen Seite, wenn wir das mit zwei Elementen machen, dann haben wir schon mehr Wege. Wir können nämlich nach unten laufen und dann nach rechts. Wir können hier nach unten laufen, dann nach rechts. Wir können hier nach unten laufen. Sprich, wir haben eigentlich fünf Möglichkeiten. Wir können nämlich hier runter, hier runter, hier, hier oder hier. Wir können das aber jetzt herunterbrechen. Und das ist quasi unser Ziel. Wir haben ja im Endeffekt die zwei folgenden Lösungen. Wir haben ja entweder die Möglichkeit, also wenn wir nochmal kurz uns die 2x2 Matrix angucken, wir haben die Möglichkeit, entweder hier lang zu gehen oder hier lang zu gehen. Sprich, wir haben die Möglichkeit, nach rechts zu gehen. Dann haben wir nur noch diese Teilmatrix mit 2x2, die wir uns angucken müssen, also mit den beiden rechten Zweien. Oder wir können nach unten gehen von unserem Startpunkt. Sprich, wir haben nur noch die beiden unteren Zweier. Ich mache mal hier eine 1, 2, 3, 4 draus, dann seht ihr, was ich meine. Wenn wir jetzt also zur 2 gehen, haben wir nur noch einen Weg übrig. Das heißt, wir haben das Ergebnis quasi reduziert auf nur noch diese Teilmatrix 2x4. Wir müssen die 1, 3 nicht mehr betrachten, weil da können wir nicht mehr hin. Wenn wir jetzt nach unten laufen, haben wir nur noch 3, 4 als Ergebnismatrix übrig. Sprich, wir haben nur noch eine Möglichkeit. Am Anfang haben wir allerdings 2 Möglichkeiten. Und zwar einmal die nach rechts zu laufen und die nach unten zu laufen. Und genau so werden wir das implementieren. Das heißt, wir bauen uns hier mal eine Funktion und nennen die mal solve. Und wir haben hier eine n mal m Matrix. Und diese n mal m Matrix, die können wir aufbrechen im Endeffekt in, naja, wenn wir nur noch einen Weg haben, also sprich, wenn wir nur noch eine Dimension haben, wenn wir nur noch nach rechts können oder nur noch nach unten können, völlig egal was davon, dann haben wir nur noch eine Lösung. Sprich, wenn das Minimum von m oder m, also einer von beiden Werten, wenn das gleich 1 ist, dann haben wir nur noch eine Lösung und wir können 1 zurückgeben. Jetzt haben wir aber noch den zweiten Fall, wenn wir eben nicht nur eine Möglichkeit haben, dann müssen wir beide Möglichkeiten betrachten, nämlich einmal nach rechts zu laufen und einmal nach links zu laufen. Und das machen wir rekursiv. Wir machen wieder Divide and Conquer. Wir müssen ja danach nur noch diese Teilmatrizen betrachten und dementsprechend können wir ganz einfach sagen, ja gut, dann geben wir doch einfach mal das Teilergebnis zurück. Also Return von, was wir machen wollen, ist im Endeffekt, wir wollen solve aufrufen, wir wollen es ja rekursiv machen, von n minus 1 und m plus das Ergebnis, was bei solve von m, äh, n und m minus 1 rauskommt. Damit haben wir sozusagen unser Ergebnis. Und jetzt müssen wir noch ganz kurz das hier betrachten, nämlich diese spezielle Zahl hier, das müssen wir modulo rechnen. Das heißt, Prozent dieser Zahl, ähm, das hat, glaube ich, nicht richtig funktioniert. Da habe ich die zwei mal eingefügt? Ja, machen wir das mal kurz oben drüber. Ähm, mod ist gleich dieses, nein, ich habe es nur einmal eingefügt, das lag nicht an mir. So, die Nullen sollten richtig sein, hoffe ich mal. So, jetzt sagen wir hier einfach Prozent mod. So, und dementsprechend haben wir eigentlich schon unser Ergebnis für diese Teilmatrizen. Jetzt müssen wir noch das Ganze außenrum machen, sozusagen. Das heißt, wir wollen hier, ähm, natürlich mehrere Matrizen lösen. Wir wissen ja, wir können hier mehrere Ergebnisse haben. Also hier haben wir zum Beispiel drei Matrizen. Okay, dann gucken wir mal. Vor, ups, vor Bodenstrich in Range von. Naja, was wollen wir einlesen? Natürlich unseren Input. Das heißt Input. Aber, da wir wissen, dass das eigentlich als String eingelesen wird, wir aber eine Zahl brauchen, wir müssen ja wissen, wie viele Matrizen wir haben, machen wir hier Int von Input. So, das heißt, wir wissen, äh, jetzt kommen zum Beispiel drei Matrizen und die wollen wir berechnen. Okay, super. Dann berechnen wir die doch mal und sagen hier einmal, ähm, wie, was genau wollen wir denn ausgeben? Naja, wir wollen erst mal den Input einlesen, also diese Zeile hier einlesen, das ist einmal einlesen, ja. Das ist einfach nur Input zu rechnen. Das heißt Input, ups, Input, Klammer, Klammer. Und den wollen wir jetzt natürlich irgendwie in ein Int verwandeln, ja. Das heißt, wir wollen hier die einzelnen Zahlen haben. Wir wollen hier quasi dieses Leerzeichen sollen wir, wollen wir aufteilen. Das heißt, wir wollen hier Punkt Split aufrufen. So. Wenn wir das aber gemacht haben, dann haben wir hier den String aus einer 4 und dann den String aus einer 8. Das ist nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Sprich, was wir haben wollen, ist, wir wollen eigentlich ganze Zahlen draus haben. Ähm, und deswegen sagen wir hier, okay, wir führen eine Funktion aus, nämlich die Int-Funktion, auf jeder einzelnen Zahl, nachdem wir sie eingelesen haben. Und das machen wir mit einem Map. Wir mappen hier einmal ganz kurz alles drauf. Lasst mich das vielleicht nochmal ganz kurz in der PowerShell ausführen, beziehungsweise in Python ausführen. Und zwar, wenn wir einen String haben, so lesen wir den ja ein, 4, 8, ja, das ist ein String. Wenn wir den jetzt splitten, sieht das Ganze so aus. Dann haben wir eine Liste aus zwei Strings, die aber eigentlich Zahlen sind. Und hier wollen wir jetzt eigentlich Int von der ersten Zahl, Int von der zweiten Zahl, Int von der dritten Zahl, also Int von dem String 4, wäre die Zahl 4. Und das wollen wir ja quasi haben. Das heißt, wir wollen die Funktion Int ausführen, auf jedem Element von diesem gesplitteten Input. Das heißt, auf jedem S-Punkt Split. Was wir dann bekommen, ist im Endeffekt ein Map-Object. Ich kann jetzt aber hergehen, kann von Null machen. Ah, ne, kann ich natürlich nicht, weil ich keine Liste draus gebaut habe. Ich könnte aber eine Liste zum Beispiel draus bauen. Und dann habe ich eben meine Zahlen 4 und 8. Und die will ich ja wiederum in meinem Ding hier auspacken, sozusagen. Aber ich habe hier gesagt, ich möchte zwei normale Zahlen haben. Sprich, ich muss hier an sich gar nicht arbeiten mit einer Liste. Ich könnte das natürlich auch in eine Liste umwandeln, wäre aber irgendwie ein bisschen unsinnig, weil eine Liste kann beliebig viele Elemente haben. Man möchte ja hier schon die N und M's haben. Dementsprechend sage ich hier, ich möchte zwar Map auf Input.Split ausführen, aber ich möchte, dass das Ganze bitte direkt an die Solve-Funktion übergeben wird. Und zwar, indem ich hier das Ganze auspacke, ja, mit dem Sternchen. Und dann habe ich quasi mein Ergebnis. So, und jetzt muss ich nur noch eins damit machen. Das ist mein Result, sozusagen. Und das muss ich noch printen. Print Res. So, und jetzt gucken wir uns das mal ganz kurz an, was hierbei passiert. Unsere Ergebnisse sind soweit korrekt. Und ja, das submitten wir jetzt erstmal. Jetzt aber bitte noch nicht abschalten. Wir sind wahrscheinlich noch nicht ganz fertig. Wir sehen hier, dass wir tadaa, den ersten gelöst haben. Wir haben Nummer 2 und Nummer 3 beide noch nicht gelöst. Und das liegt einfach daran, dass unsere Challenge ein Zeitlimit von 2 Sekunden und ein Memory Limit von 256 Megabyte hat. Das ist wirklich, wirklich viel, was da eigentlich von uns gefordert wird. 2 Sekunden für 100 Matrizen mit 1000 mal 1000. Und das rekursiv. Das ist einfach gigantisch. Und dementsprechend müssen wir hier ein kleines bisschen was tweaken. Und dieses Tweaken kommt von Python selbst. Das heißt, wir müssen hier quasi Python so ein bisschen, wir müssen hier das das krasseste rausholen. Wir haben hier eigentlich schon den richtigen Ansatz soweit gewählt. Dementsprechend sagen wir hier oben jetzt. Wir benutzen zwei Bibliotheken. Wir benutzen einmal Sys, um hier unser Rekursionslimit festzusetzen. Ich glaube, den Teil kennt ihr ja schon. Also Sys. Set Recursion Limit. Und ja, was jetzt eine gute Variante hier ist, ist eine sehr gute Frage. Ich würde es mal mit 10.000 probieren. Kann aber sein, dass das nicht funktionieren wird. Was wir aber auch machen müssen, ist definitiv, wir müssen sehr viel schneller werden. Dementsprechend würde ich hier mal ganz kurz hergehen und Funktools importieren. Funktools. Denn ich glaube, wir können hier eigentlich alles cachen. Wir können das hier komplett cachen. Das heißt, wir können hier sagen add funktools.cache. Und das sollte es deutlich schneller machen. Hoffe ich zumindest. Also das sollte es eigentlich soweit tweaken. So, wir submit jetzt nochmal. Wir können es natürlich auch nochmal testen. Test Examples. Aber die Test Examples sind natürlich in diesem Fall nicht die eigentliche Challenge. Wir haben die ja schon davor gelöst. Wir haben ja hier nichts dran geändert. Das Problem ist hier nur gerade die Recursion Div. Jetzt lasst mich, wobei, lasst mich nochmal ganz kurz rechnen. Wenn wir eine 1000 mal 2 Matrix haben, dann haben wir 1000 Möglichkeiten. Bei einer 1000 mal 3 Matrix müssten es schon 3000 Möglichkeiten sein. Wie viele Recursionen haben wir dann? Wir haben mehr. Ne, wir müssten 1000 mal 1000 Recursionen haben. Das ist zu viel. Das wären 100.000. Das geht nicht. Probieren wir es einfach mal. Probieren wir es. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt funktioniert. Das wird eine Weile dauern. Okay. Wir pausieren mal ganz kurz. Ah, okay. Ja, wir haben es geschafft tatsächlich. Also das Recursions Limit von 10.000 war gut geschätzt offensichtlich. Hat gereicht. Und hierbei haben wir jetzt natürlich einen Punkt Abzug bekommen, weil wir einen Verlauf oder einen Versuch mehr gebraucht haben. Wir haben es nicht gleich beim ersten Versuch geschafft, sondern beim zweiten, weil wir hier natürlich noch ein bisschen optimieren mussten. Aber hat geklappt. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass das sofort geklappt hat. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell klappt. Cool. Und ja, ich würde sagen, haben wir geschafft und ich bin gespannt, was eure Lösungen waren. Ich bin nämlich echt gespannt, was ihr hier mit den anderen Sprachen gemacht habt. Deswegen lasst mir das gerne mal, beziehungsweise lasst nicht mehr in den Kommentaren da, das wäre ein Spoiler für alle anderen. Aber submitt alles mal, denn im Leaderboard, sobald die Challenge eben nicht mehr aktiv ist, kann man sich ja die Antworten der anderen ansehen, falls man was lernen möchte. Zum Beispiel für die ganzen armen Menschen, die das in Bash machen wollen oder in Ruby oder in PHP oder in Rust. Und an der Stelle möchte ich nochmal ganz kurz darauf verweisen, schaut euch jetzt am besten mal direkt die Studiengänge von der FHDW an, denn ich glaube, die könnten sehr gut zu vielen von euch passen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Ciao. Ciao.